Ist meine Kundalini erwacht? Jemand hat in der Telegram-Gruppe bei mir geschrieben, dass sie glaubt, dass meine Kundalini erwacht ist. Ich weiß es nicht. Ich kann euch das nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich damals bei Maha Sakral Mudra, die Sakral Chakra Energie oder diese untere Energie, die übelst in mein Herz geschossen ist und seitdem, und das hat sich angefühlt, wie als ob mein Herz Chakra verbrennt. Das war schon ziemlich heftig und seitdem hatte ich das nicht mehr, aber wie gesagt, bei der letzten Übung, die ich jetzt auch hier in den YouTubes gegeben habe, habe ich diese Energie in die Wirbelsäule wie reingeatmet und seitdem fühle ich mich irgendwie ganz anders, viel mehr mittig, viel mehr bei mir. Ich wache trotzdem noch mit einem Steifen auf und dann aber gleich darauf atme ich wieder diese Energie in die Wirbelsäule. Es ist schon interessant und ich habe das Gefühl, ich fühle mich wie vitalisiert oder so, obwohl ich hier recht schlecht schlafe. Aber ich nutze auch die Träume, die hochkommen, die sehr bizarr sind und auch familientechnisch, irgendwie karmisch, nutze ich die auch. Ich nehme die nicht zu ernst und verarbeite sie aber auch. Also ich fühle mich irgendwie anders. Obwohl ich schlecht schlafe, überlege ich sogar hier zu verlängern, weil ich eben tagsüber mich so gut fühle hier. Und der Weg zum Einkaufen ist mega. Also ich werde mal gucken, ob ich es verlängern kann. Ja, es ist meine Kundalini erwacht. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich es bei ganz vielen erwacht habe in den Sessions, dass ich vielen Frauen geholfen habe, das hochzuziehen in den Sessions und durch Blockaden hindurch zu arbeiten, in den Tantra-Massagen und so weiter. Das ist eine schöne Erfahrung. Ihr könnt mir auch vorstellen, wenn das organisch passiert, das wieder mal für jemanden zu machen. Vielleicht für meine Partnerin. Nein, das wäre übergriffig. Ja, also ich bin selber überrascht und ich weiß aber auch, eine Sache wollte ich euch auch erzählen. Ich habe das schon mal erzählt, zwei, drei Mal, aber ich würde es noch mal kurz hier machen, weil es gerade relevant ist. Mir ist aufgefallen, in tantrischen Sessions, wenn die Frau kurz dabei ist, sich komplett zu öffnen, also das komplette Chakren-System durch und ich aber noch in der Kontrolle bin oder in der Kontrolle gefallen bin, ohne dass es mir aufgefallen ist während der Session und dann loslasse als Mann, quasi wir sind schon halb verbunden mit der Energie und dann lasse ich komplett los als Mann, der das führt, dann lässt auch sie komplett los. Also es geht nicht, dass sie loslässt, ohne dass der Mann loslässt, energetisch. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Wenn du als Mann blockierst, deine eigene Energie blockierst, blockiert auch sie ihre Energie. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, was Tantrik angeht, dass der Mann das leitet, der Mann es führt und die Frau sich loslässt. Und nur wenn der Mann auch seine Energien über die gesamte Wirbelsäule loslässt, kann auch sie loslassen. Und ich dachte, das wäre eine interessante Information für euch, weil das gilt auch für Intimität. Wenn du in der Intimität als Mann nicht komplett loslässt, kannst du es von der Frau nicht erwarten. So funktioniert das einfach energetisch. Also ist auch gut zu wissen. Und diese Revitalisierung ist eine super Sache. Und du machst es ja für dich, diese Revitalisierungsatmung, diese Nadi-Atmung durch den Sushumana-Kanal durch. Und du machst es für dich und es ist Replenishing, Nourishing. Mehr musst du fast gar nicht wissen. Ob jetzt Kundalini wirklich oder nicht Kundalini, ist ja eigentlich alles egal im Ansicht der Non-Dualität des Advaita Vedanta. Aber es ist gut, den Körper zu verstehen. Und das ist auch, was Satko gesagt hat. Die meisten verstehen nicht das Keyboard zu ihrem Körper. Und wenn du es einmal verstanden hast, dann gehst du einfach ganz anders durchs Leben. Du musst die Chakren verstehen, du musst die Emotionen zu den Chakren und Organen verstehen. Du machst sowas wie Kundalini-Yoga oder halt allein schon diese Nadi-Atmung, die ich erkannt, entdeckt habe. Und dann ist alles bestens. Kundalini-Yoga bedeutet ja dann nichts anderes als, man könnte fast sagen, die Nadis beatmen, dass sie frei werden. So würde ich es beschreiben. Aber das kann man auch sanft tun, das muss nicht immer schnell passieren, wie viele Kundalini-Klassen.